so da haben wir ganze zutaten creme fina schmand gemüse lauch aubergine karotten eier und erst mal aubergine zu klein schneiden karotten schälen dann hier schön klein schneiden schöne feine streifen draus auch den karotten genauso dann hier was haben wir denn hier leckeres wer weiß es von euch wer weiß es es ist knollen sellerie schön klein geschnitten und hier haben wir noch einmal lauch klein geschnitten staudensellerie jetzt alles in korn heiß wasser ich habe natürlich auch und da haben wir die aubergine das ganze wird das leicht köcheln lassen dann schneiden 10 zwiebeln klein dann das ganze abschütten nach drei bis vier minuten dann gibt es ein schmand im topf creme fina zu 250 gramm und da haben wir noch acht eier und hier haben wir zwei teelöffel curry und ein teelöffel knoblauch und petersilie und ist ganz schön verrühren und alles in eine auflaufform schön verteilen alles oben drüber und ein paar zwiebelchen noch darüber ein bisschen dill oben drüber und jetzt kommt die mischung drüber schön gleichmäßig verteilen dass überall das drauf ist so und jetzt geht es ab in den backofen vorgeheizt bei 180 grad das ganze 40 minuten auf mittlerer stufe und sieh da was ist da lecker essen vegetarisches bitte probieren das schmeckt verdammt lecker oder meinst du aber jetzt siehste